Guten Tag, hier ist der Guzua und wir sind wieder am Clash of Clans spielen, aber nebenbei habe ich halt die Kommentare offen und will halt noch ein bisschen was erzählen dazu. Hier seht ihr gerade, ich bin noch kurz vorher, 60 Truppen brauche ich noch. Die Zeit wollen wir nutzen. Und zwar, hey Guzua, war geehrt, dass du eins meiner Videos angeklickt hast. Gerne, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ist ja gar kein Thema. Guzua bin, Rathaus 8, außer von Mauern, dunkle Truppen, Max kann ich schon in den Clan. Grundsätzlich anfragen, aber wie gesagt, ist halt, ihr seht eine Clan-Beschreibung und da steht es halt eindeutig drin, einfach durchschauen und dann gucken. Was der Kürze habe ich schon im letzten Video gesagt, passt also, das ist in Ordnung. Hier, Pookie ist übelst upgeraged mit, ja hey, ganz genau, richtig. Vielen Dank dafür nochmal, Pookie. Läuft, auf jeden Fall. Wie gesagt, bei Pookie muss ich auch echt sagen, hat sich das so extremst verbessert. Von früher, also von, ja, von früher halt zum jetzigen Stand kann man gar nicht sagen. Also man kann eben wirklich nicht sagen, oh naja, der hat ja jetzt hier so viele Subs, hat die nicht verdient oder sowas. Das ist meiner Meinung nach absolut gar nicht, passt und ich glaube, ihr wisst auch, dass ich der Letzte bin, der sich irgendwo einkratzen will oder sowas. Von daher wisst ihr, dass das mehr oder weniger, so sag ich jetzt mal, von Herzen kommt, also ernst gemeint ist. Also das läuft, also ich finde das bei Pookie echt eine krasse Nummer hier. Kann man immer noch Kämpfe teilen? Ja, klar, natürlich, aber wie gesagt, momentan, die nächste Woche ist gar nichts. Und, dazu zu sagen, über nächste Woche kommt gar nichts, weil ich hab Urlaub. Ja, ich hab Urlaub, das ist ziemlich geil. Äh, der Thumbnail, hat der Typ keine Finger. Äh, doch, hatte er, aber nicht so wirklich so ausgeprägt in dem Moment und dann hab ich mir gesagt, scheiß drauf, egal. Äh, so. Ich geh das Risiko jetzt einfach mal ein, hier. Ich spamm mal komplett, vollkommen egal. So. Jetzt die ganzen Bowler hier noch mit rein. Mal gucken, was wir in der CB haben. Weiß ich auch nicht. Ich lass mich hier komplett überraschen. Ich hoffe, ich werde nicht überrascht. Hahaha. Ja, hätte ich da noch ein bisschen zentraler setzen müssen. Aber ich denke, sollte auch ganz easy going hier sein. Town Hall down. Sonst wäre ich noch besser an den Inferno rangekommen, auf jeden Fall. Den Ragen war hier nochmal schön. Diesen ganzen Pulk an die Dinger, die nicht mehr da sind, halt. Okay. Schade. So, Luftabwehr sollte jetzt down gehen. Aber der Inferno brät natürlich ordentlich rauf, auf jeden Fall. Also hier, das hätte noch anders gehen müssen. Da hätte, hätte ich den hier droppen müssen. Dann wäre der gesamte Bereich noch machbar gewesen. So ist es halt. Man kann sie nicht alles aussuchen. Ich hab's verkackt. Aber immerhin ein Two-Star. Zack, das war's. Aber trotzdem noch ganz, ganz in Ordnung der Loot gewesen, auf jeden Fall. Das war schon ganz okay. Ja, kurz vor Champ, würde ich sagen. Champ 2, meine ich. Zu den Kommentaren. Hier schreibt der Till Hagen. Hi, gutes Video. Könntest du mehr so eine Videos machen? Mit Kommis lesen? Ja, siehst du gerade. Nee, also es ist halt wirklich so. Ich merke halt, dass das gut ankommt. Und dann wird das auch weiter gemacht. Auf jeden Fall. Ähm. Clash of Clans Deutsch schreibt. Das war ja der mit dem Lukas. Der Marvin. Ähm. Und, äh, schreibt halt, ja, wegen einer Aufnahme zusammen mal, schaffe ich zeitlich halt wirklich null. Es ist halt so. Ich. Geht halt nicht. Ist nicht drin. Äh, Pukki, wann machst du mal COC-Videos? Das weiß ich leider nicht. Aber du hast auch Pukki falsch geschrieben. Aber gut. Guso hat ein Line gezogen. Wie gesagt, da nochmal dazu. Knallhart. Eindeutig. Äh. Auch meine ganz, ganz klare Meinung dazu. Keine, keine Drogen. Also, das wird nur Just for Fun gewesen sein, sonst wäre nicht das XD dahinter. Aber da ist halt wirklich meine klare Meinung. Das kann ich auch immer wieder nur sagen. Wie gesagt, wenn einer, nur einer durch, äh, sowas, also einer von meinen Abonnenten durch mein Sprechen darüber halt nicht zu Drogen greift, ist das schon mehr als ein Gewinn für den gesamten Channel. Auf jeden Fall. Ich liebe COC, äh, immer noch. Ich auch. Sonst würde ich es nicht mehr spielen. Ganz klar. Guck mal, ich würde es gerne machen. Ich würde gerne in den Clan reingucken, bloß ich schaffe es von der Zeit her leider nicht. Vielen Dank. Und dann dazu. Das ist spielerisch komplett ohne Probleme. Gucken wir mal, was der Russian Fighter hier gerade mal mit Stolz-Blood macht. Ja, äh, Go-Wipe ist mittlerweile komplett draußen. Was, das macht, das wird gar nicht mehr gemacht, oder? Da wird man ausgelacht, wenn man sowas bringt, glaube ich. Bin der Meinung, das auch in irgendeinem Clan mal gelesen zu haben. Kein Go-Wipe. Ja, Golem in der CB ist natürlich für die Queen das einfachste überhaupt. Hält zwar eine Weile auf, aber ansonsten macht es nicht mehr. Also von daher ist das ganz gechillt. Hier natürlich richtig Amok laufen hier mit den Valkyren. Ich würde mal sagen, das ist noch, würde ich fast noch sagen, overpowered, oder? Das sieht noch relativ overpowered aus. Wenn wir mal sehen, was wir hier an Valkyren noch am Start haben, dann... Na, man weiß nicht, wie sie sich verteilen, aber ich denke, das ist ein OP-Angriff. Wir haben die Golems noch komplett... Also selbst wenn die jetzt total doof laufen alle, sollten da noch einige Valkyren übrig bleiben. Ah, hier, ja, hier sind sie noch abgelenkt, also beziehungsweise der Magiaturm ist noch durch die abgelenkt. Ah, das ist natürlich dann so eine Sache, dann kommt man doof ran und zack, 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 ein bisschen doof gelaufen. Ja, passt, aber hier einwandfrei, ja, ja. Ja, also ist definitiv unter OP-Angriff abzutun. Passt. So, jetzt machen wir hier noch meinen letzten Angriff hier. Den zimmern wir jetzt einfach noch ganz gechillt durch. Alter, haben mir noch so viele Truppen gefehlt? What the fuck, Alter? Und jetzt gucke ich mal gerade. Die noch schnell fertig machen? Scheiße, die gehen jetzt noch nicht mehr. Egal, probieren wir trotzdem. Wir gehen auf 2, 1 Risiko. Die gemmen wir uns, die sind so fertig. Das passt alles. So, genau, genau, dann kommen wir jetzt mit nochmal denen und nochmal denen und zack, passt. Wir gehen an den Start. Ich gucke gerade mal. Ja, komm, das sollte passen. Ich muss halt aufpassen, auf jeden Fall. Also ich werde dann eher eine kleinere oder eine schlechtere Base nehmen. Achso, meine Helden. Ja, die sollten natürlich noch mitkommen. Sonst hätten wir hier das ein oder andere Problemchen. Und eine CB brauche ich natürlich auch. Ja, ich würde mal fast sagen, der macht es uns hier zu einfach, dass wir den einfach nutzen müssen. Den würde ich sagen, sollten wir auch schaffen, klar. Das sollte nicht das Problem sein. Man weiß natürlich nicht, wie seine Base-Aufstellung komplett ist. Aber ich denke, das sollte passen hier. 1, 2. Da auch nochmal Bola an den Start. Nochmal 1, 2. Und dann hoffentlich hier... Ah ja, genau. Ich habe natürlich die Adler-Artillerie definitiv vergessen. War ja wieder klar, dass der Guzua die wieder vergisst. King rein. Queen rein. Und die Bola hinterher. Ja, äh... Oh, das war schon... Das ging ja einfach. Damit habe ich jetzt... Muss ich ganz ehrlich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so easygoing ist. Aber gut, passt. 50% werden wir nicht schaffen. Aber habe ich auch nicht drauf ausgelegt. Ihr habt es selber gesehen. Ich bin noch wirklich ganz zaghaft mit den Ressourcen umgegangen. Habe jetzt nicht hier irgendwie die ganzen Earthquakes verballert. Sondern habe das ganz gechillt hier laufen lassen. Aber trotzdem probiere ich natürlich, was geht. Weil danach ist eh erstmal Ende für mich. Da kann ich natürlich auch noch das Looten-mäßige mitnehmen, was halt so machbar ist. Und passt das. Läuft. Ist okay. Ich würde mal sagen, 8 Pokis hatten wir. Wir hätten 4 gebraucht. Wir sind Champ 2. Vielen Dank dafür. Looten nochmal um einiges höher. Das ist doch nett. Das passt. Damit möchte ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wünschen. Haut mal rein. Bis zum nächsten Mal.